Das Unternehmen W. Birg Baudekoration GmbH aus Wiesbaden ist ein alteingesessener, seit ca. 120 Jahren bestehender Malerbetrieb mit knapp 20 Mitarbeitern. Seit 2003 gehören wir zur Handwerksgruppe Philipp Mecklenburg. Traditionelles Handwerk und moderne, innovative Betriebsführung erweisen sich als ideale Ergänzung. Zu unseren Dienstleistungen gehört unter anderem Maler- und Lackierarbeiten, Bodenbeläge, Verputz- und Stuckarbeiten, Vollwärmeschutz sowie Kellersanierung. Auch Kleinaufträge, Reparaturen und Beseitigung von Wasserschäden erledigen wir sauber sowie frist- und fachgerecht. Unsere ausgebildeten Mitarbeiter sind zum Teil schon seit Jahrzehnten in unserem Betrieb tätig. Häufig buchen Privatkunden bei Auftragserteilung ihren Lieblingsmitarbeiter. Dies ist nur möglich, weil sowohl Stammkundschaft wie auch große Loyalität der Mitarbeiter vorhanden ist. W. Birg Baudekoration Jahrzehnte clause